Willkommen zurück zur nächsten Runde von DayRBillions. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Unser Geld ist doch momentan ein ziemliches Problem, deswegen bin ich am überlegen, entweder die Steinmauern oder die Bank. Ich glaube wir brauchen ganz dringend erstmal eine Bank. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Steingebäude fertig. Das heißt, wie gesagt, wir fangen wirklich hier drüben erstmal an, aber ich brauche auch so viel Gold. Ich muss echt erstmal die Bank jetzt hier hinbauen. Ich hoffe, ich habe da irgendwie noch ein bisschen Platz gelassen, dass ich hier so viel wie möglich Gebäude reinkriege. Aber ich brauche wahrscheinlich mehr Arbeiter. Von daher werden wir mal gucken. Vielleicht kann ich es hier hinbauen, ich weiß es nicht. Zur Not muss ich es dann hier oben hinbauen und erstmal die hier ausbauen. Aber hier 400 Gold pro keine Ahnung wie lange ist eindeutig zu wenig. Building completed. So, können wir hier noch irgendwas kurz verkaufen? Forschung ist bald fertig. So, Energie brauche ich auch das Bessere. Die Bank. Ah, wir brauchen schon wieder mehr Energie. Und 1000 Gold. Äh, okay. Ein dämliches Ding müssen wir noch bauen. Da müssen wir echt kurz 1000 Gold sparen. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Tage Zeit. Das wird echt knapp hier. Ich mache glaube ich wieder den gleichen Fehler wie beim letzten Mal. Ich habe die alle viel zu wenig bestückt. Was wir auf jeden Fall machen können, ist den Sammelpunkt hier oben machen. 400 Kolonisten. Oh, euer Ernst. So, aber 20 Energie müssen wir lassen. Ähm, Power Plant. Machen wir ganz schnell mal. So, danach unbedingt Mauern. 1000 Gold, komm schon. Das ist echt zu wenig Gold. Naja, kriege ich es nicht hin. Das sieht gut aus. Ja, hier habe ich bis auf die da unten eigentlich sehr viele drin. Na, ich mache es mal hier hin. So, Bau schneller fertig, bitte. Danke. Ein bisschen verkaufen. So, Power Plant ist gleich fertig. Braucht mehr Stein. Natürlich mal wieder mehr Gold. Und es verbraucht aber dann auch Stone and Wood. Aber da sind wir noch gut dabei. So, Stein-Dinger bauen wir. Und jetzt müssen wir wirklich die erstmal ausbauen. Das hat jetzt oberste Priorität. Die Bank ist gleich fertig. Mal gucken. 500, 22 und... Ja, 600. Ist schon ein bisschen mehr geworden. Wir können ja die Gebäude noch verbessern. Aber neun Stein, okay. Okay. Das kostet eigentlich wirklich nur Geld und Steine. Ich sehe gar, wir machen echt zu wenig Steine. Ich weiß auch nicht, ob ein Ölfeld hier ausreicht. Für das, was wir dann nachher hier alles noch überstehen müssen. Oh, fuck. Ja, mach mal ein Backup. Wir können wieder verkaufen. Wir können ein bisschen Stein einkaufen. So. So. Wir haben jetzt nur zwei Arbeiter. Das ist schlecht. Also müssen wir erstmal wieder hier so ein paar Dinge ausbauen. Was kriegen wir hier? 16 Kolonisten. Acht Arbeiter. Also es verdoppelt sich. Also es ist schon echt gut, die auszubauen. Wenn man denn... Ach, wir brauchen noch mehr Steine. Wir brauchen noch mehr Steine. Also es sieht noch gut aus. Ich darf überlegen, ob wir erstmal noch ein paar Einheiten bauen. So, wie gesagt, überall mindestens ein Soldaten rein. Hier oben auf jeden Fall auch. Hier sind zwei Ranger drin. Okay, da können wir mal einen rausnehmen. Oh oh. Vom Norden her. Alles klar. Das heißt, wir verbessern die Dinger jetzt hier mal. Sechs Steine. Komm schon. Komm schon. Wir machen mal hier einen rein. Hier sind überall schon Steine drin. Schön. Wir machen mal diesen Shock Tower. Vielleicht kann der uns jetzt noch ein bisschen helfen. Haben wir hier irgendwo... Geh mal da hin. Und der Sniper, der geht auch mal mit hier hin. Ich weiß... Oh, die kommen von hier. Alles klar. Oh shit. Schnell rein da. Kann der hier noch rein? Jawohl. Komm schon. Schieß irgendwie. Mach was. Okay, das lockt jetzt hier noch ein paar andere an. Aber es sieht ganz gut aus. Ich muss unbedingt reparieren. Oh, die fuck ey. Kommen wir hier noch irgendwas? Der verbessert was. Wir haben wieder ein paar Steine. Holz können wir verkaufen. Ich würde gerne mal reparieren, aber... Machen wahrscheinlich alle viel zu viel Lernen. Okay, jetzt sieht es gut aus. Holy. Okay, das war mehr als knapp. Wir müssen das hier nochmal forschen. Wir brauchen echt mehr Steine, ey. Wenn wir Glück haben... Könnten wir hier noch einen hin machen. Es ist leider bloß drei Steine. Oh, hier wäre fünf gewesen. Ja, besser als nix. Ganz ehrlich. Woanders kriegen wir hier nix mehr. Sehr schön. Das ist am heilen. Nice. Dann machen wir den hier rein. Können wir da hin machen. Machen wir hier noch einen rein. So, das hat doll geklappt. Ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter als beim letzten Mal. Das heißt, wir werden jetzt hier auf jeden Fall erstmal alle ausbauen. Wir haben jetzt, wie gesehen, eine kleine Verschnaufpause bekommen. Das kann hier noch verbessert werden. So, hier wieder alles safe machen. So, raus will ich eh nicht mehr. Denke ich mir jetzt einfach mal. Und... Okay. So, jetzt kriegen wir schon 700. Okay, es wird immer besser. Zack. 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 Mehr Steine, los. Dann können wir hier... Ops, noch ein bisschen Eisen verkaufen. Paste on Iron. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch das Gebäude hier. Oh, ich hoffe, wir haben noch irgendwo Platz, um das hinzukriegen. Aber hier sieht es doch ganz gut aus. Wir warten mal kurz drauf. Da können wir dann nämlich auch unsere Farmen und alles so ein bisschen noch verbessern. Aber jetzt fehlt uns wieder Stein. Na, komm schon. Bing, 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 bing. Strom sieht auch so lala aus. So, hier haben wir alles geforscht. Hier haben wir alles geforscht. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier weiter. Das verbraucht ganz schön Energie. Yikes. Ist sie da durch? Ja. Nein. Schnell, ich wollte es nur einsammeln. Schon wieder Steine, ey. So, Ölplattform, Bladetrap, Advanced Query. Oh ja. Wir machen erstmal schnell die Ölplattform, dann können wir das schon mal hinbauen. Dann kann sich das schon mal vollfüllen. Ich denke mal, das wird auch noch sehr, sehr wichtig. Dann verbessern wir uns auf jeden Fall unsere Queries, damit wir mehr Steine abbauen. Wir können wieder ein bisschen Holz verkaufen. Die Farben müssten wir auch verbessern. Dann haben wir das eine Gebäude hier noch schnell. Hier haben wir noch einen Turm, der noch nicht ist. So. Das dauert natürlich ewig. ... Right. Das hat mich mir schon mal geschafft. い Was ist kurz, der gatherings amis, dass wir noch nicht mehr, k geneig geen ordination, wie es geht? So, das ist fertig. Ich glaube, durch die Soldaten locke ich die echt immer noch an. Zack. Schon wieder. Okay. Hold on the attack. Alles gut. So, sehr schön. Hier sind wir fertig. Quatsch. Stein kaufen, Holz verkaufen. Nice. So. Hier irgendwas noch zum Verbessern. Advanced Farms. Sieht schlecht aus. Advanced Müll. Mhm. Ne, wir müssen den Krabi verbessern. Zack. Okay. Nanananana. Dadadadam. So. Sieht noch ganz gut aus. Wir haben jetzt aber auch schon wieder... ...doch noch eine Farm hier irgendwo hin klatschen. ...ja. Ist die Frage. Ich brauche, denke ich mal, zumindest noch einen... ...Powerplant. Es verbraucht auf jeden Fall, denn ich kriege halt weniger Stein und Holz. Aber eins muss ich auf jeden Fall noch bauen. Achso, und ich wollte unbedingt, äh, hier, Ölplattformen. 30 Energie. Okay. 8 Arbeiter haben wir. Ja. Das Powerplant muss fertig werden. Building completed. So, wir sind eigentlich fast fertig mit dem ganzen Ausbau. Okay, hier unten fehlt noch ein Stückchen. Nice. Wir müssen jetzt erstmal die Ölplattform bauen. Na, komm schon. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die ganzen Holzdinger hier. Hammer. Ähm. Ich glaube, die nächste Welle... ...die wird uns das Genick brechen. Aber gut. So, die können wir jetzt verbessern. Also, wir würden die noch verbessern. Können wir noch ein bisschen mehr Eisen. Kostet natürlich auch wieder extrem Energie. Ähm. Das Ding hier. Es ist schon wieder Radar Tower. Watches the surrounding area and alerts from enemies. Have great range and sight. Blade Trap. Ne, ich brauche bessere Farms. Advanced Mill brauchen wir eigentlich nicht so unbedingt. Naja, ich warte jetzt auf die verbesserten Farms. Nice. So, wir haben wieder ein bisschen Stein. Aber leider kein Geld. Aber wir müssen wenigstens alles zu Stein verbessern. Das ist schon mal der einzige Knackpunkt, den wir jetzt hier noch haben. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Na, komm schon. Ich habe echt kein Geld. Und... Ah, es gibt so viel, was man verbessern kann. So, hier haben wir noch ein Query. Oder mache ich erst mal Eisen. 900 Gold, ey. Das müsste ich eigentlich auch verbessern. Es gibt so viel, was ich verbessern muss, ey. Ist so schlimm. Kriege ich ein bisschen mehr Gold. So, Öl füllt sich auch. Sehr schön. Ich glaube, mit dem Research warten wir jetzt erst mal. Jetzt machen wir erst mal das mit der Farm. Hier hatten wir eine 54er Farm. Oh, es braucht sogar Öl. 20 Steine. Drei Steine kriegen wir hin. Dann haben wir die Wand wenigstens auch fertig hier. Jetzt will wirklich nur noch die hier. Ich glaube, ich mache die mal jetzt ganz schnell fertig. So, und dann fangen wir jetzt mal an, hier alles zu bestücken. So, wie wir das geplant hatten. Ich glaube, der nächste Angriff wird, denke ich mal, nicht mehr so lange brauchen. Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty. Sehr schön. Ich habe kein Gold. So. Sehr schön. Okay, wir haben alles verbessert. Sieht alles sehr gut aus. Nice. Any orders. So, jetzt machen wir hier überall die Leute rein. So, da haben wir jetzt die. Da fehlen jetzt auch noch zwei. Da fehlen auch noch zwei. Okay, okay. Da fehlt einer. Und dann holen wir uns noch schon einen Sniper. Dann versuchen wir es wirklich so lang wie möglich hier rauszuzögern. Wir sind jetzt beim 51. Tag. Ich glaube, bis Tag 120. Denn ist hier die absolute Hölle los. 900 Gold. Ich glaube, wir wollten den erst verbessern. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Stein. Und den können wir auch noch verbessern. 15 pro, keine Ahnung was, pro Tag. Das könnte also auch hier unten leider passieren. Das ist die Frage. Auf jeden Fall bauen wir mal schon vorsichtshalber mehr von denen. Von dem Osten könnte halt auch von hier sein. Ja. Ich würde vorschlagen, dann machen wir hier unten alles jetzt voll. Was auch cool wäre, 600 Gold, so ein Shocking Tower. Komm schon, ich brauche mehr Gold. Eieiei, gucken wir, ob wir das schaffen. Was haben wir denn hier noch? Schnell, schnell. Was? Das ist egal. Okay, der Shocking Tower wird noch fertig. Wenn wir hier noch so ein Great Ballista bauen. Oh Gott, da kommen sie alle. Okay, da ist ein Shock Tower. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er gemacht hat, aber... Oh, doch, der macht doch ziemlich Action. Holy shit. Oh, Schleiß, ey. Alles klar, ich glaube, den sollten wir doch überall mal hinbauen. Das könnte echt noch knapp werden. Komm schon, mach noch einmal dein... Lade dich mal schön auf. Super, das andere Ballista ist noch fertig geworden. Wir können schön alles wieder heilen. Eieiei. Eieiei. Ja, ihn hier auch noch rein. Das kann geheilt werden. Oh, super. Haben wir, wie auch immer, überlebt. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen mehr Gold. Wir müssen leider erst mal noch eine Farm verbessern. Die hat 30. 48 hat die. Oh, wir haben keine Energie. Können wir irgendwie die Energie verbessern? Bladestrap. Advanced Mill. Nee. Das bedeutet, wir müssten leider noch mal... Ah, wir brauchen leider doch noch... ...ein Power Plant. Sagen wir, wir haben jetzt hier irgendwo noch genug Platz dafür, ey. Das wird hier echt ein bisschen... ...kritisch. Ah, nervig. Das muss dann wirklich das letzte sein. Und was wir auch eigentlich noch brauchen, ist dieses letzte Forschungsding. Diese Bladestrap ist auch nicht so schlecht. Advanced Mill ist mir egal. Och, 2000. Ähm... Ja, wir brauchen mehr Energie. Oh Mann, also der Tesla Tower hier, der hat uns echt den Arsch gerettet. Da müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal drauf achten, wenn jetzt hier die nächste Welle kommt, dass wir da mindestens ein oder zwei von hinbauen. Weil die sind ja richtig OP. Andererseits, wir brauchen diese Advanced Mill. Weil unser Holz doch jetzt immer weniger wird. Dadurch, dass wir die ganzen... ...Cravies, äh, für unsere Power Plans verschwenden, quasi. So, hier können wir noch ein paar Gebäude verbessern. Jetzt haben wir kein Dings mehr. Mehr Gold. Und... Building completed. Aber allzu viele Häuser können wir jetzt auch nicht mehr verbessern Und so wirklich Platz um neue hinzubauen wird auch ein bisschen schwierig Und ich muss irgendwo noch dieses eine Command Center da hinbauen Das allein wird es glaube ich eh schon schwierig Da müssen wir mal gucken, mit zur Not müssen wir vielleicht die beiden hier abreißen Das ist ein bisschen blöd Aber jetzt bauen wir die hier erstmal komplett aus Natürlich könnte ich eigentlich hier noch eine Farm hinbauen Wir haben auch glaube ich noch nicht alle gegnerischen Truppen gesehen Ich habe irgendwie gelesen, da gibt es noch ganz andere Dinge, so Harpien und sowas Ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe 900 Gold So, Gold in dem Game ist echt Mangelware 30% mehr, ok 2.000 Gold, holy shit ey Wir können leider nur so weitermachen Erstmal immer ein bisschen verkaufen von dem was wir zu viel haben Dann so schnell wie möglich hier alles verbessern Bis wir kein Essen mehr haben Okay, bis wir kein Essen mehr haben Attention So, Farm verbessern So, Farm verbessern 680 Gold, das wird aber irgendwie immer noch nicht so richtig mehr Da fehlt uns echt alles Wir müssen auf jeden Fall unser Eisen-Vorrat erstmal wieder auffüllen lassen Jetzt haben wir noch zwei 30er Farben, die wir noch verbessern können Und dann war's das Vielleicht kriegen wir, wie gesagt, hier noch eine rein, aber Mh So Das kann man auch noch verbessern Hm Jetzt sind wir schon wieder bei 600 Okay, ich glaube ich habe jetzt alle Gebäude fast verbessert Es fehlt schon wieder Energie Oh Leute, nee Okay Wir haben diese Advanced Mill haben wir jetzt fertig, die müssen wir auch nochmal verbessern Oder? Nee, haben wir nicht Doch, haben wir Doch, haben wir Sind die so schon verbessert, oder? Ist ja merkwürdig Okay So, Energie Ich will ich Ach, die Dinger Ah, okay Jetzt habe ich verstanden Alles klar Okay, die können wir aber auch schon alle noch verbessern Kostet uns alles Eisen Kostet uns alles Eisen Aber so kriegen wir unsere Energie jetzt doch nochmal nach oben So Jetzt müssen wir echt langsam ein bisschen Geld sparen, damit wir dieses letzte Gebäude noch bauen können Andererseits würde ich gerne noch meine ganzen Tower vollkriegen Das bedeutet Wir werden jetzt hier nochmal Eins, zwei So, hier fehlt noch einer Da fehlt noch einer Drei Dann brauchen wir noch ein paar Sniper Und dann haue ich lieber alles noch mit Tesla Towern voll, weil die hauen ja richtig rein Mal gucken, ob ich die überall noch hinkriege Ich denke mal die werden auch ziemlich viel Strom verbrauchen Ich denke mal die werden auch ziemlich viel Strom verbrauchen Ich denke mal die werden auch ziemlich viel Strom verbrauchen Oh, hier könnten wir noch ein Quarry verbessern Jetzt haben wir schon kein Gold Weiß ich schon, wir sind ganz schön knapp hier Gold wird auch immer weniger Structure Cost geht immer weiter runter Oh, bis hier kommt sie hin Wenn ich hier vielleicht noch eine baue, dann könnte ich die hier noch alle Oh, hm 900 Gold Oh, shit Oh, shit Wieder ein Zombieschwarm Gleich mal gucken, wo Dann sparen wir mal ein bisschen Geld Für den Tesla Tower Unbedingt Vom Norden her, okay Okay, hier oben Machen wir Pause Da kommt ein Schocktower hin Da kommt ein Schocktower hin Da kommt ein Schocktower hin Dann ist das schon mal safe Hier sind wir relativ voll Hier nicht Okay Das heißt, wir bauen mal noch zwei Dann fehlt uns noch Gold, okay Okay Was ist denn hier? So, solange die Schocktower fertig werden, ist schon mal die halbe Miete, aber 200 Gold Ähm 200 Gold Oh Gott Ich hätte gerne hier noch so eine Blades hingebaut Aber ich habe die glaube ich noch gar nicht geforscht Strom ist so lala Ja Na, ich glaube das wird hier nichts mehr Da kommen sie Schick den mal noch hier mit hin Tesla Tower ist fertig Oh, da kommen jetzt schon große Infected Shubi Oh fuck Ja, oh der Tesla Tower ey, der macht echt Arbeit Ja, macht die Großen Oh, sehr schön Sieht gut aus Schnell alles hier reparieren was geht Sehr nice, sehr nice Oh, unser Geld sieht echt schlecht aus Je mehr ich jetzt hier alles verbessere, umso schlechter wird es mit dem Geld Bladetraps Okay, wir haben es jetzt nochmal geschafft Ich denke mal, ich kann mir jetzt kurz verschnaufen Ich muss dieses Engineering Center jetzt hier machen Das andere bleibt mir jetzt erstmal nicht übrig Vielleicht kann ich da noch ein paar andere Sachen verbessern, die mir mehr Geld geben Weil das geht gar nicht Also sparen wir mal kurz Verkaufen hier ruhig und alles Verkaufen hier ruhig und alles So Bam Oh, ich sehe gerade, wir sind weit weit drüber Ich habe die Zeit gar nicht im Blick gehabt Dann machen wir hier echt nochmal einen Cut rein Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen Wir sind wirklich sehr sehr weit Ich hoffe, wir überleben noch die Wir haben eigentlich die Hälfte jetzt gerade mal geschafft Holy Shit Und ich denke mal, der nächste Angriff wird so Besiedeln, wenn das nicht so Glut klappt wie jetzt Also der Tesla Tower, der macht echt richtig Arbeit Sehr sehr gut Ich würde dann erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Wird mich über Likes oder Abos von euch freuen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Von Day are Billions Bis denn, tschü tschü Und die Töne Und auf einmal langsam